So, willkommen zurück. Let's play Final Fantasy 13, dieser Böseböge Kampf hier. Ich kann nicht heilen, ich kann gerade gar nichts machen. Ja, jetzt aber. So, das nächste Ziel wird wieder unser... Beräumt in der Mitte sein, der Weiße, der Sacrion, klar, Sacrion, so. Oh man, BAM! So, ich muss nur jetzt mal eben darauf achten, dass der seinen Serienbonus nicht so schnell reduziert. Weil der macht hier zum Teil ganz böse Dinger. Der macht zum Beispiel, dass Bang nicht das macht, was er machen soll. BAM! Und Dauerfeuer. Bang, bang, bang. Oh, fein. Erstmal wieder auf die Lebenssymphonie. Hochheilen, bitte. Komm, nochmal heilen. Warum hoch? Ich hab wenig Lebenspunkte. Und gib sie ihm. Und jetzt, jetzt, jetzt haben wir einen Schock. Und jetzt ist er auch schon tot. Hätte ja klappen können, dass es so einfach geht. So, jetzt ist der Kampf unser. Wir haben gesiegt. Hey. Hey. Für so einen schwachen Kampf vier Sterne. Okay. Alles klar. Meinetwegen, ich kritisiere diesen Computer hier nicht. Dö, dö, dö. So, was gibt es denn da drüben? Viele, viele Gegner. Viele böse Gegner. Einen langen Weg. Und ein Portal. Ja, und da sind wir eben so Autos. Dann sind wir diese komischen Fluchzeuge. So, wir müssen echt mal schauen. Achso. Hier gibt es wieder zurück, sozusagen. Ja gut, dann müssen wir ja echt hier lang. Ja. Da hinten wird vielleicht nochmal eine Kiste stehen. Das werden wir nochmal auskundschaften. Ob da wirklich was steht. Ja. Da ist eine. Oha. Na gut. Gut, erstmal auf die weißen Fettsäcke. Und dann auf den Rest. Hier bling. Der muss jetzt erstmal in den Shop. Mann, echt. Das war bitter. Bevor ich ihm jetzt mit dem Brecker so richtig auf den Krieg stehe. Hö? Das wird mir hier rumgebugt. Geht doch. Kling, 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 kling. Oh, oh. Fängen geht's überhaupt nicht gut. Also überhaupt nicht gut wäre noch milder ausgedrückt. Hier geht's streng genommen ziemlich beschissen. Ich hab das Gefühl, ich kann dagegen gerade nicht machen. Oh, wie ich sowas hasse, verlängsamen zu werden. Genau. Und natürlich bitte die ganze Heilung auf eine einzige Person. Oh, Mann, ey. Ja, 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 das war's dann. Würde ich mal so setzen. Denn das geht auf, hab ich doch gesagt, das ging auf Light. Und Ende. Nur weil die ganze Zeit irgend so eine Kacke passiert. Ich hasse diese Viecher, ganz ehrlich. Kampf neu beginnen. Ich glaub, gegen die ist es auch unmöglich, einen Präventivschlag zu bekommen. Und klick, schon die ersten Statusveränderungen. Und schon der erste Tote. Ich hatte... Ich hab's noch nicht mal gesehen und hab schon gedacht, hm, der ist tot. Super. Nee, Leute, echt, das geht nicht. Kampf neu beginnen. Ja, das ist so einfach... Assi, sag ich mal. Einfach nur Assi. Also, was hab ich denn noch für Subsidien? Protector? Eternikum? Das wäre ein Moment, mit dem wir, denke ich mal, ziemlich gut... Den hätte ich eigentlich nehmen müssen, damit Fang ihren S-Bar nutzen könnte. Nein! Ach, Mann, was mag ich denn hier? Ich wollte auf Blitzweil, aber da ist schon wieder einer tot. Nee, doch nicht. Noch nicht. Jetzt stirbt aber einer. Ich sehe es kommen. Lebenssinfonie einmal bitte... Voll durchhalten können wir uns sowieso nicht. Ähm... Ich sehe es kommen. Bäh! Böse Geschichte hier! Komm! Der ist weg! Der ist weg! Ja! Der erste ist weg! Und... ...weiter geh! Einmal beteiligen! So, jetzt fangen wir uns einmal schnell komplett durch! Diese Kampf ist ours! Gib deinen besten Schaden! So, erst einmal nochmal Sturmkommando! Flips, weil... bevor hier irgendwas losgeht! Autsch! Wo kommt der Schaden auf einmal her? Ja! So, und hier mache ich nochmal eine kleine Pause! Bis gleich!